ja heil willkommen mein name ist an iwb und ich würde euch zurück zu let's play tales of berseria in der letzten folge haben uns durch dieses gebiet hier durchgekämpft eben den fall al dina ich wollte aldana erst sagen geil zum glück habe ich erst nachguckt hat sonst wäre ich wie ein video tier dargestanden und ja wir machen jetzt weiter müssen wir haben ja ausgefunden dass auf dieser bergspitze wo wir ein therion aufspielen sollten kein therion da war und ja oder vielleicht war er da aber ist irgendwie weg geflogen oder so weil er ein drache ist oder so irgendwie so was und ja jetzt hier in dieses dorf rein weil habe ich eine expedition ja zu den typen selten wir so noch zehn informationen in diesem dorf das kommt mir sehr bekannt vor warte mal ist das nicht ja wenn ich jetzt noch die namen der städte aus der sesteria wüsste so fangen gast aus an okay wir sprechen das mal mit einem alten man ich 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 habe auch schon gedacht, dass ich mich über die Schleifte erwähnt habe. Das kommt mir auch bekannt vor. Wie geht das denn? Folgen dir einfach die Sonne oder was? 24 Stunden lang? Ja, ich bin ja. Warum reden wir jetzt? Warum tun wir eigentlich mit jedem MPC irgendwie so eine lange... so ein langes Gespräch will ich mal. ich bin da voll dafür für nebenstorys und also was aber wir tun uns echt mit jeden mpc irgendwie stundenlang unterhalten danach ist für immer weg das thema wird nie wieder angesprochen mich interessiert doch nicht wie wein gemacht wird man bin ich da baue oder wie immer so eine sache in der tipps serie habe ich so viel allgemeinwissen in einen rein zu pumpen wie nur möglich der rät ja immer noch ich meine ehrlich ich habe nichts dagegen wenn ihr so ein paar nebenstorys und so erzählt werden aber muss dann alles wirklich immer so lange dauern ich stehe manchmal zwei minuten lang und muss den zuhören wir hätten hier perfekten cut machen können aber dann kommt rucko und sagt naja das ist ja gemüse ich frage mich was das ist hey warte mal er pflanzt die an warum tut ihr denn vergiftete sachen hier anpflanzen hallo hier laufen kinder herum die nehmen eine kartoffel beißt nein sind tot wir können doch nicht giftige sachen hier anpflanzen wenn ihr kinder umlaufen warte wieder auf zwei minuten jetzt mal ernsthaft warte mal Ja, aber wie machen wir mit einem weißen Blumen? Man hat sich auch die Leute zu kommen, oder? Es ist nicht so sehr, dass es so groß ist. Wenn man es so groß ist, dann wird es für die Stadt. Das stimmt, aber man kann es so groß sein. Man kann es so groß sein, oder? Man kann es so groß sein, oder? Man kann es so groß sein, oder? Man kann es so groß sein? Man kann es so groß sein. Nee, aber man kann es so groß sein, oder? Man kann es einfach nicht denken, dass man nichts ist. Begli, ich versuche auch, Schatz. Naalala... Tama-Mussi und sich die Kirche hertert zu antieren, und mit einer Kirche zu wollen, also mit einem Kirche zu besuchen. Es ist doch so groß sein, aber das ist die Kirche. Es ist ein Begegnet, oder? Aber man kann es so groß sein, wie so großartig sein. Das ist ein Schatzpunkt eines Menschen. Ja. sprich also genau was wir machen ist das ding jetzt hier verzeichnet okay ich habe ein ding erledigt das ist gut 45 ja da kann es nicht hin nach regenbogen roch serienmörder bochen stimmt 54 normal lange kaufen haben wir was neues animal jährigen bestien da klingt doch noch nicht und keinen schlechten effekt warum hat man nur alles schon gemeistert ja irgendwann hat sie noch nicht kraft dringend nimmst du im bauern gibt viel anders kraft das ist ein kartenspieler da werde ich auf screen machen und dann die belohnungen aufnehmen würde ich sagen hier am letzten mal wo ich glaube die anfänger klasse können wir jetzt kurz machen wir haben schon sowieso neun minuten mehr mit unterhaltungen verschwendet also wir wird nicht mehr passieren vielen dank dass sie eingeschaltet da ist giftig und tödlich ich bin ich jetzt den namen aller städte hier bist du eine stadt von tesis ist hier gab es ein glockenturm wir machen jetzt schnell damit ich auf screen normal stufe machen kann die belohnung irgendwie zeigen kann so was jetzt der unterschied jetzt zwischen hier und da hinten im logis und ruf besser den wollte ich mitnehmen auch shipping boom ruf und mehr habe ich nicht danke also auch nichts ausgezeichnet doch ich habe hat moment ist gleich voll weißt du ihn war schon voll viel von dingen z wo ich das aufkommen war ja super geil bitte dann einfach aufgehört mal so wenig machen meins wir nehmen es mir juri weg danke kronenprinzessin fortsetzen ich tue einfach hier nur random übrigens machen ich denke ich tue hier irgendwie voll strategisch und zu spielen helden spross ok was auch mal auf 97 punkte versucht das mal einzuholen mal so viel text auf der ab ist man sich gerade boof 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 ich würde irgendwelche charaktere auswählen aber das hat man schon gemerkt nein ich habe 37 punkte erst mal einholen auch gut zwei verbündeter und abschließend kommen hat sieg da war ich dann aus kindern steig den nächsten part wenn ich hier gewonnen habe ja normal mache ich dann aus queen ich war nachdem ich gewonnen habe aufnehmen es macht um feuer nach minuten welt welt anzug sondern müsst ihr nicht genau gleiche spielen noch mal sehen und ja sieht einfach nur die belohung ich bekomme falls ich überhaupt einen bekommen was geht es mir deine lebensgeschichte was hast du gesehen erzähl mir mehr alle abgeschlafen Oh! ja okay ich habe jetzt der schluss bei uns das arbeit war gasthaus haben es mehr cutscene oh da ist er mit ja du 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 Das war's für mich. Wir gehen. Wir sind nicht hier. Das ist gut. Ich werde mich verlassen. Es gibt keine Zeit für mich. wie also spitz dame ganz ehrlich Weil er ja ein Gebet gesprochen hat. Ja, das ist auch ein Gebet. Der ist ja auch ein Gebet. Der ist ja auch ein Gebet. Ich habe ihn gesehen, aber er hat nicht gehört. Der ist ja auch ein Gebet. Der ist ja auch ein Gebet. Gebet, das ist ja auch ein Gebet. Das ist auch irgendwie doof, oder? Oben ist der Regen noch stärker, oder? Warum sollten die denn... Warum sollte der Dach dann wieder zurückkehren, wenn der Regen stärker ist? Äh... Was wollen die Viecher? Kann ich mich dahin überall teleportieren? Ich will das mit dem Nolmins. Ich bin der Nolmins. Das ist auch nicht so schlecht. Du kannst dich nicht zuhören, Däfu! Nolmins. 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 Ich weiß nicht, was ich... Dann, wenn ich die Biene-Fu habe, dann kann ich das Biene-Fu benutzen. Ja, das stimmt. Können Sie den Mannas für den Mannas? Nein, das ist der Mannas. Das ist der Mannas. Der Mannas ist Biene-Fu? Das heißt, die Mäder sind eigentlich nur ein Name von Nolmin-N-N-N-N, die bei der A.A.A.A.C.S.A., hat er die besondere Leistung. Die B.A.A. und Grimoire sind ja so, was es so cool. Im Grunde, ich weiß auch überhaupt das Name. Wie heißt das eigentlich? das kam mir bekannt vor wenn ich einer der namen von hysteria von den amortisierungen geobordal okay und da ist ein speichwort stimmt wird muss ja ein baum gewesen sei jetzt nicht aus wie ein baum hat einfach nur nämlich zeugs aus war mit einem geobot in den du r2 glück jetzt mit hilfe warte wenn du kannst du gegner und ein gewissen werden wir siegen ohne ein kampf zu nehmen du jetzt allerdings selbst dann keine kannst kämpfen warte mal ok ich nehme mein geobot das ist irgendwie zum teleportieren oder irgendwie sowas oder sauge aber wir können jetzt zu anderen ordnen gehen die wir nicht betreten konnten oder was in der technik nicht kreire das show no hero wacomus dem oder so die er in der sei bläde 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 da haben wir irgendwie springen oder so mal gab es irgendwie so ein ding ich würde sagen wir gehen jetzt aber erst mal zum dingen zählen muss man dahin gehen so sehr viel schneller sind wir eigentlich auch nicht damit habe ich so aber ich die kamera bewegung wird sich auch hau gott wir dadurch ein bisschen schneller ein bisschen schneller jetzt erstmal darum zum drachen machen wir haben 26 24 minuten aber jetzt ja ich bin so schnell ich bin auf dem board nicht damit kann man jetzt über die ganzen spalten die er drüber fahren ist erwartet lohnt sich eigentlich gar nicht mehr danach kommen wahrscheinlich werden kann ziehen also was deswegen gehen wir mal ja zu einigen orten jetzt zurückkommen ob wir direkt so ort finden wo ich drüber fliegen kann wird da bestimmt irgendwo ein ort geben oder sonne das und dinge zum beispiel das beispiel da war irgendwas warte mal ach ich muss jetzt so ein baum finden stimmt da wenn ihr mir angezeigt auf karte direkt doch da ist da sehe ich doch ein okay machen wir mal so ja jetzt wenn wir welche kampf in die begonnen hat schon wieder nicht gereicht von der zeit her können wir dann zehn stündige katz ziehen oder so so irgendwie unten im größer sondern neben dem teil ja jetzt kann ich ja jetzt kann ich hier drüber fliegen bei one two right my geo board da kann ich jetzt hier überspringen einfach so wie cool alles meins alles meins grüßt an was hat denn da kann ich angehen ist eine goldene truhe geil agitator oder habe ich glaube schon oder habe ich da schon ich weiß nicht nein noch mehr fähigkeiten gegen biester habe ich könnte theoretisch aber ich könnte ich könnte ich könnte da warte mal kommt er ja ha 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 cool wof also war geil bei bahn to ride my geo board stirbt glaubt stirbt ja egal ob nicht vom boden bis nicht auf dem boden bist dann geht damit könnte man einige orte hier schon erkunden wieder eine aber warum ist es durch ein ganz klein bisschen weiter hier konnte man irgendwie überspringen stirbt ja das hat für eine abkürzung hätten nur ein heimat geht sehr geil sind noch so irgendein ort vene kanal ja da gab es einen glaube ich die expedition ist zurück oben long dauer wird abgebrochen ausgezeichnet kein schwein versteht was er sagt ringer ich war jetzt mal ich muss jetzt so einen blöden dicken sie wieder finden so einen blöden warum man zum glück werden die auf der karte mal angezeigt naja zum beispiel wo damit könnte man weil ich so ein paar goldene truhen und so finden noch die alle wahnsinnig geiles zeug in sich haben hoffentlich und ja cool war endlich bei diesen blöden schluchten übergehen das ist auch mal endlich mal hier und dann muss ich erst mal mit jedem in jedem gebiet hier dieses blöde geobots diesen baum hier finden das ist ein bisschen nervig eurer zahls aber danach kann ich einfach alles fällig machen wenn die quere kommt ich hier war also auch gemütlich ja ich habe keine dinge ehrlich ich möchte es einige biete noch ja ich muss mir angewöhnt ich muss mir einen knopf aussuchen mit dem ich lenke linken oder rechner ob hier linken bei der linke hat mal scheint irgendwie höhere priorität zu haben als der rechte wenn ich den rechten und den linken analog sie beide gleichzeitig in irgendeine richtung bewege dann scheint der linke irgendwie höhere priorität zu haben also wenn ich rechts drücke mit dem rechten analog stick ich drücke an in der anderen richtung mit den linken dann wird der linke hier und sagen nehmen wir das mit der linke sozusagen warte mal habe ich mit denen ja nähe mit denen ich doch die habe ich dort weiter so so monster nein sagen wir so auffällig aus sie so busch mehr sehr nicht ja sie noch irgendein ort wo ich schnell hingehen kann lo dringen jetzt nicht so und geobacht dingen würde ich sagen ich mache das eine mini spiel ja das karten spiel und dann bin ich das gewonnen habe sehen wir uns in der nächsten folge wieder dann gehen wir zu diesen drachen und den einfach fresse und dann geht es weiter im spiel ich bedanke mich alle jetzt viele schauen wird mich freuen wenn ihr ein reichert aber ein kommentar hinterlassen will und jetzt mal irgendwo eine truhe merke ich gerade da ist ja noch eine truhe heute kann es auch ein ding okay der stadt herrlich okay die haben schon geöffnet warum hat sie sich jetzt schon wieder gefüllt okay wenn ich heute von der leckern aber ein kommentar und so hinterlassen dann sehen wir uns hoffentlich eine nächste folge von let's play tells of the serie ich bleibe jetzt schon sagt bis zur nächsten folge